...hinter dem Startwagen, meine Damen und Herren, es geht auf die 1700 Meter Startstelle zu. Alle acht Kandidaten haben sich formiert. Gleich werden wir zum letzten. Auto nimmt Fahrt auf. Und der letzte Start ist der Volk in diesem elften Rennen. Es geht zunächst auf die Ende der Gegenseite zu. Im Moment... ...in Kürze, wenn es gerade herunter geht. Shutterfly, an der Außenseite sehe ich C4. Shutterfly und C4 sind die vorderen Pferde, da jetzt die gerade zum ersten Mal herunterfahren wird. An der Außenseite Il Divo mit Immo Müller, der hier auch mit mischt unter den ersten Pferden. Es geht jetzt unter Führung von C4. C4 vor Shutterfly, an der Außenseite ist dann Il Divo und The Donovan Knock. So geht es in den vorletzten Bogen hinein und das Kommando hat hier unverändert C4. C4 an der Spitze des Feldes. C4 vor Immo Müller mit Il Divo. C4 Il Divo. Dahinter macht an der Außenseite jetzt Heinrich Bramlage ernst und kommt mit Shutterfly immer besser in die Partie. So, jetzt geht das Ende gegenüber zu. Im Moment die Sicht etwas verdeckt. C4 Il Divo und Shutterfly, das sind die vorderen Pferde, da es jetzt gleich um den Scheitelpunkt des Bogens geht. C4 hat das Kommando. C4 an der Außenseite kommt Donovan Knock per die Partie. C4 bringt das Feld vor Donovan Knock in den Einlauf. C4 Donovan Knock. C4 ist vorne. C4 vorne und Dreamcatcher Venus macht jetzt Boden gut. C4 ist aber noch vorne. C4 hat das Kommando. C4 vor Donovan Knock. C4 Donovan Knock. C4 Donovan Knock. Und ganz außen kommt jetzt Dreamcatcher Venus.